Dann kommen wir irgendwann zu einem Punkt, wo dann halt das Menschensein für uns an der Reihe ist. Und auch da passiert ganz natürlich diese Entfaltung. Aber hier passiert dann etwas, wo wir die Möglichkeit haben, diese Entfaltung schneller voranzutreiben. Und zwar, da können wir das, was wir gerade besprochen haben als Karma, als Ursache und Wirkung, können wir nutzen wie ein Echolot, das uns den Weg zeigt, das wir beschreiten sollen. So wie eine Fledermaus, die schießt ständig Signale aus, also ständig macht sie Geräusche, die treffen auf irgendwas, kommen zurück und dadurch weiß die Fledermaus, in die Richtung fliege ich besser nicht, da ist eine Wand. Wenn sie zu lange wartet und dem nicht zuhört, dann macht sie halt und dann lernt die Fledermaus für das nächste Mal vielleicht besser zuzuhören, wenn dieses Signal zurückkommt. Genauso ist das für uns auch mit dem Karma. Wir schicken Aktionen raus und das, was uns zu uns zurückkommt, ist niemals dazu da, um uns zu bestrafen oder zu belohnen, sondern einfach nur, um uns diesen Weg zu zeigen, wie wir zu dem Göttlichen, zu den Mehrfalten schneller rankommen können. Und da können wir ganz klar einfach unterscheiden. Alles das, was uns langfristig gesehen zufrieden sein lässt, ist etwas, was wir wahrscheinlich häufiger tun sollten. Das ist die Richtung, in die wir gehen sollten. Wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, dann ist da immer Leid mit verbunden.